...Helene, Helene, Helene... ...die auch wirklich kennen. Und das nächste Stück ist eines davon, das heißt Matatu. Das ist für die ersten LP. Vielen Dank. Dass wir auch 10 Jahre nicht auch gut haben, übrigens. Aber es hat auch nur eine Melodie, die man verspielen kann. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.